Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Kampf bei Pokémon Tekken DX im Online-Rang-Match. Ich bin von Null her. Gameplays als Hobby und ich bin mit Routena gerade im Versuchung irgendwelche Punkte zu sammeln. Doch bis jetzt hatten wir kein Glück. Im letzten Kampf hatten wir leider verloren. Versuchen wir es jetzt mit dem nächsten Kampf. Suchen wir mal nach einem Gegner. Und ich hoffe, der Kampf dauert von mir aus wieder weniger als drei Minuten, aber diesmal, dass ich so gut bin. Neue Herausforderung. Isaac aus Dänemark. Mit Snippuna und 86 siegen. Na, wer weiß. Vielleicht haben wir da mal eine Chance. Gruppe D5 ist auf jeden Fall unter uns. Gibt leider nicht so viele Punkte, wenn wir den besiegen. Schauen wir mal. Fängt ja schon mal gut an. Schauen wir mal. Das war's für heute. Ja! Glück gehabt ey! 1-0! Juhu! 1-0! Das war's für mich. Ging mir auf den Keks. Okay, 2-0 gewonnen. Endlich natürlich mal wieder ein Sieg. Das finde ich schön. Auch wenn der Gruppe D5 war, aber gut gekämpft. Okay, Defensive voll, das ist doch gut. 4 Sterne plus 50 Punkte immerhin mal wieder. Sehr schön. Ja, Gegner, du hast gut gekämpft. Irgendwie kann ich mir die Namen nicht mehr merken, ich weiß auch nicht. Ja, aber war gut, auf jeden Fall. Nur vielleicht ein bisschen mehr blocken und greifen. Dann hast du vielleicht auch bessere Chance zu gewinnen. Aber ansonsten, wie gesagt, gut. Und ich freue mich auf den neuen Sieg. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ihr zu lieben, netten Zuschauer. Und gebt mir einen Daumen nach oben oder ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Damit wir uns beim nächsten Kampf wieder sehen können. Jo, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Mit von Nöher, Gameplay, Sats Hobby und Rotena. Man没 писen – Hyper Jaun, Film. Ja. rav FR Von Nöher, Film. Aber wenn wir Tränen, ja nicht mehr so, da fuhren lighting. Es ist ja nicht mehr da bin. Vielen Dank.